GP Praxis Die einfache Vernetzung zwischen Ärzten oder Filialen Schritt 1 Patientendaten einfach erfassen Mit TouchPC, Kartenleser und Rezeptscan Schritt 2 Diagnostik mit kabelfreier Pädografieplatte Abrechnung der Messung nach der Gebührenordnung für Ärzte Ziffer 652a Schritt 3 Auswahl des passenden Einlagenmodells mit der hausinternen Einlagenmatrix Schritt 4 Automatische Ermittlung des Rezeptwertes nach den Festbeträgen der Produktgruppe 8 und des Eigenanteils für Schuhtyp und Größenbestimmung Schritt 5 Erstellen Sie einen Auswertungsbericht und senden Sie den Datensatz an die Zentrale zur dortigen Weiterverarbeitung Profitieren Sie als Handwerker von folgenden Netzwerkvorteilen Arztbindung Qualitätssicherung Patientenbindung Profitieren Sie als Arzt von diesen Netzwerkvorteilen EGEL-Konzept Zusätzliche Einnahmen Patientenzufriedenheit Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.springer-berlin.de www.springer-berlin.de fl reg stellt bis zur Handwerkerunion RM です